ich habe da eine geile position auch da sterbe ich so gut wie nie und trotz immer richtig weg muss man gucken wie ich da hinkomme oder wer hat das ist die hofer stecken da bin ich zuerst genau da so zwischen der häuser drin müsste ich verstecken da kommen sie nämlich hier ich habe noch zwölf sekunden wir hatten der dich gesehen hast ja du warst nicht hinterm haus naja deswegen gewassen hinterm haus aber ja ja da schießt da der jäger ich sehe aber auch gehen ich sehe da in praxis 370 da rechts ist an der kanone abgefreit da war nur ein schuss ich lade mal nach schön also hier ist eine geile ecke oben da oben die objektiv schneidern da kann ich da rausfahren verstecken aber wenn das haus weg ist bis zum arsch gibt ja mehrere ich habe gerade in 100 grad geknallt kommst du an den rand an den e 100 den sd 1 ich bin gerade am nachladen aber da komme ich gerade gleich wenn er so weiter fährt dann habe ich an den st oder warte die 100 der 8 da ja da komme ich gerade gleich da ist der felsen gerade aber die st 1 muss ein stück vorfahren in habigen da ist auch ein objekt mal gucken ob der mich sieht noch blinken nicht hier sehen wollen so jetzt haben sie mich gesehen da haben sie dann nämlich schon wir kommen abgeschossen ja das habe ich schon probiert das haus ich schade aber alles bis jetzt abgestaubt objekte und hier ist irgendwo ist da doch was weil die haben mich sofort gesehen aber ich brauche nur immer anschließen oder ganz hinten oben links rechts bin ich geladen ich muss mich schief ich kann auch hier zu ach guck mal die ganzen waffenträger sind drüben hier ist eine kuhle unten drin in der henne von quera habe ich eh nicht je jetzt der waffenträger ach der steht da hinten jetzt jetzt ist er abgestürzt das kaut ist auch weg und der waffenträger ist weg los da ist das mäusel da kommt vorgefanscht weiter 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 ah scheiße komm nicht ran aber wo ist denn der waffenträger von den den vermiss ich stehe immer ganz hinten wieder irgendwo die feiglinge ja da kommt nicht dran jetzt ne ne da da ist der 62 ah scheiße oh hat der ein glück gehabt der brett der brent was ist weg also joni merkte diese position ist hier richtig geil wirklich so da wo ich hoch bin da ist auch hier T30 ja stimmt da ja aber ja lad ich noch nach oder lass ich zu hier ja ne ich bin am nachladen aber ich glaube den kriegt jemand anderes das ist ja ein glück wieder ey jetzt hat mir jetzt wieder schussgeführt der dritte ohne schweiß ich komme an den nicht ran war da sind sie alle tot gut ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020